Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind wieder hier bei dem lustigen The Legend of Zelda. Ähm, ja, Majora's Mask. Ja, und jetzt stehen wir hier vor der... Ja, wo war ich genau? Wir stehen vor der spannenden Frage, wie es hier weitergeht. Der Beginn war ja jetzt schon wieder sehr cool. Ähm, ja, wie gesagt, es sind insgesamt sieben Eier, die wir suchen müssen, von diesen Sora-Eiern. Und wir haben bisher drei. Äh, vier. Wir haben vier, genau. Die haben wir in der Gerudo-Piratenfestung erbeutet. Ja, und wie es jetzt weitergeht, das weiß ich nicht. Hier können wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, was hier abgeht. Ähm, weil hier kann man auch, so wie ich das vermute, an Land gehen. Nur was hier jetzt ist, das weiß ich natürlich nicht. Das gilt es dem nachzusehen. Aber das sieht mir doch auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das, was hier oben ist, auf jeden Fall richtig ist. Warte mal, hier kann man aber auch nochmal kurz gucken, ob man hier irgendwie unter Wasser gehen kann. Aber das sieht mir, wenn ich das so sehe, nicht danach aus. Ist okay. Ja, da würde ich ja mal sagen, ähm, gehen wir mal wieder, werden wir mal wieder zum Menschen, rüsten uns mit dem Greifhaken aus und versuchen dann da irgendwie hochzukommen. Und das sieht auf jeden Fall interessant aus. Äh, aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwer, wenn ich das so vermute. Hm, hm. Hm, wie kommen wir da hoch? Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wenn das ist da denn, das ist eine Palme. Da könnte auch was sein. Ja, ich weiß es ja nicht, was wir jetzt hier machen müssten oder so. Ich habe ja nicht nachgeguckt, aber... Man muss ja auch nicht alles erstmal nachgucken, wenn man nicht erstmal was ausprobieren kann. Ja, da komme ich nie im Leben dran. Da komme ich nie im Leben dran. Ähm, hm, hm. Aber wenn ich das so sehe, bin ich ja fast gezwungen nachzuschauen. Aber wie gesagt, ich habe hier keine Ahnung, äh, wo es hier jetzt weitergeht. Und genauer gesagt, wo diese drei letzten... Ähm... Diese drei letzten Dinger da sein sollen. Diese drei letzten Eier. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht wieder ins Wasser reinspringen. Naja, gut. Gucken wir einfach mal hier so ein bisschen um. Wenn ich jetzt gleich da nicht... Überhaupt keinen Ansatzpunkt finde, dann werde ich ja wohl nachgucken müssen. Weil wenn ich hier rumsuche, dann ist das ja auch nicht so das Wahre. Moment, was ist hier? Auch nur so eine kleine Pfütze. Auch nur so eine kleine Pfütze. Hier gibt es Fische übrigens. Ich weiß nicht, haben die einen Sinn? Moment. Da müsste ich doch eventuell hochkommen, oder? Ja, da müsste ich hochkommen. Ah, wir müssen kurz richtig ausrichten. So, das muss doch passen, ne? Ja, das passt auch. Wunderbar. Äh, kannst da runtergehen, Link. Okay, ja. Das sieht auf jeden Fall doch schon mal interessant aus. Nein, ich... Soll es doch da nicht wieder runterspringen. Ach, komm. Ähm... Ja, so kann man auch den Umweg gehen, die Hasenohren auszuziehen. Hm. So, aber das sieht mir auf jeden Fall noch nach einem Anhaltspunkt hier oben aus. Den es gilt nachzuforschen. So, ganz vorsichtig hier drauf. Nicht noch weiter gehen. Oder muss ich da jetzt entlang... Hm. Da ist auf jeden Fall ein Loch. Hm. Soll ich erstmal in das Loch reingehen? Hm. Ich glaube, ich gehe erstmal in das Loch rein. Fast eine Punktlandung. Okay, gucken wir mal, was in diesem Loch hier ist. Okay. Kühe. Das ist ja toll für die Kühe, aber... Und Gras ist hier auch, was so viel einfacher weggeht mit einer Riesenwirbelattacke. Aber ansonsten... Äh... Scheint hier nichts zu sein. Wenn ich das so beurteile. Gut, ich denke mal, man kann sich bei den Kühen wieder Milch holen, aber... Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil ich leere Flaschen brauche. Äh... Ich würde sagen, da könnt ihr ja mal in die Tasten reinhauen und fragen, ob es hier ein... Oh, da ist noch Bomben. Die möchte ich haben. Ich möchte die Bomben haben. So, dafür muss ich jetzt einmal die Kuh schlagen. Ging jetzt nicht anders. Ja, ähm... Ihr könnt ja schreiben, ob diese Höhle irgendeinen Sinn hat. Einen größeren Sinn. Weil ich... Sehe da keinen. So, jetzt hoffe ich nur... Ja gut, dann gehe ich halt eben wieder hier zurück. Geht ja auch. So, und dann könnten wir uns doch bestimmt da ranziehen. Genau. Das passt. Und ich glaube, da war am Ende... War da, glaube ich, eine Höhle, wenn ich das richtig im Blick hatte. Sollten wir uns gleich mal umschauen. Na gut, den Rubin, den brauche ich eh nicht. Ja, das ist interessant. Oh. Hier könnten wir eine von diesen Wundererbsen einsetzen. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendeinen Sinn hat. Äh... Dass ich das nicht machen muss. Weil, wie gesagt... Die gibt's nur in, äh... Äh... Langsam würde ich ja mal sagen, das muss ich tatsächlich machen. Weil weiter als hier geht's nicht mehr. Ich sehe aber auch nicht, dass dann da oben noch irgendwas ist. Hm. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dafür jetzt so ein Ding gibt. Ja, nee. Ich glaube, wir drehen uns hier nur im Kreis. Ich gucke mal eben nach, wie es hier weitergeht. Ich denke mal, das wäre das Einfachste. Hehehehe. Oh, was haben wir denn da? Also, das ist mir, glaube ich, gerade nicht aufgefallen. Jetzt in der Höhle der Soras. Die Sora-Band mit dem Tiefsee-Sound. Die Indigo-Goss. Äh, okay. War das hier tatsächlich schon die ganze Zeit? Also, dann, ähm... Habe ich, glaube ich, was übersehen. Ähm... Ja, äh, muss ich, glaube ich, mal so sagen. Ich glaube, da habe ich hier was übersehen. Ist hier nochmal ein ganzes Areal. Ja, auch nicht schlecht. So, ich denke mal, hier könnte es auf jeden Fall von Vorteil sein, wenn wir hier so als Sora verkleidet sind. Hier gibt es auch einige Schätze, wenn ich das so sehe. Nicht schlecht. Und er kann auch so geil springen. Haha. Auch nicht schlecht. Hm. Ja, gucken wir einfach mal ein bisschen um. Und springen wir hier so ein bisschen... Ja, hier wird es besser wieder, wenn ich meinen Greifhaken raushole. Oder, äh, Pfannhaken, wie er hier ja heißt. Oh, und diese Höhle da hinten sieht auch interessant aus. Ob das vielleicht schon der dritte Dungeon ist? Wer weiß. Obwohl mir ja schon ein bisschen diese Gerudo- oder die Piratenfestung wie ein Dungeon vorkommt. Aber, nee, komm, das war ja kein richtiger Dungeon in dem Sinn. Aber ich glaube, hier kommen wir zu dieser Truhe, die da sich wohl befinden muss. Ah, das sieht gut aus. Wenn ich das so auf der Karte erblicke. Äh, dann nüsst du mal lieber deine Hasenohren. Damit du das vom Sprung her schaffst. So, Kamera ausrichten. Dann darüber springen. Wunderbar. So. Dann holen wir uns mal unsere Bomben raus. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass wir wieder so ein großes Ding brauchen. Ich hoffe, dass das mit einer Bombe ausreicht. Ah, perfekt. Das reicht aus. Wunderbar. Dann machen wir ja noch das Ding weg. Dann können wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Sehr schön. Was haben wir denn hier drinnen? Moment mal. Äh, eine Feenquelle? Äh, nee, hier bin ich noch nicht so ganz richtig. Das, äh, sagt jetzt eigentlich nicht. Äh, wo ist dann der Schatz? Hm. Wo ist denn der Schatz zum Teufel? Ich sehe hier nichts. Eigentlich bin ich doch voll auf dem Schatz drauf. Hm. Das ist jetzt komisch. Noch eigentlich nicht sein. Hm. Muss ich irgendwas anderes machen? Äh, mit den Masken, die ich hier nicht... Moment. Was macht die denn noch mal? Trage sie mit C, um deine Nase zu sensibilisieren. Äh, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass... Äh. Nö. Keine Ahnung. Ich dachte jetzt, jetzt hätte ich hier das Mega-Secret gefunden. Aber irgendwie... So nicht. Ich kriege jetzt noch mal hier eine Bombe hin, die mir vielleicht so ein Loch zeigt. Aber... Nö. Keine Ahnung. Da bin ich wohl auch auf eure Kommentare gespannt. Gut. Ähm. Ja. Kann ich wieder nicht sagen, was hier wäre. Oder nicht wäre. Gucken wir uns mal hier weiter. Oben hier in dieser Sora-Höhle wohl anscheinend. So. Oder Moment mal. Ist hier unten vielleicht? Ja, drunter vielleicht was. Da habe ich ja auch noch nicht geguckt. Vielleicht hier unten? Äh. Ah, hier ist auf jeden Fall... Ja. Das scheint die Truhe zu sein. Okay. Ich habe sie doch gefunden, die Truhe. Und es ist die hier. Hm, hm, hm. Aber das scheint mir auch nur deine Billigtruhe zu sein. Ja. Ist es auch. Geld brauche ich keine... Brauche ich mich nicht mit Sorge zu quälen. Geld habe ich genug. Naja. Äh. Nicht schon wieder. Aber jetzt kann ich euch mal den Schild hier zeigen, den ich jetzt hier neu gefunden habe. Wenn da nochmal Gegner meinen, mich zu nerven. So. Aber was ist jetzt noch da hinten? Das möchte ich mal auskundschaften. Was da hinten ist. Da sollen ja auch noch zwei Truhen sein. Ich würde sagen, das gucken wir uns noch an. Bevor wir da in dieser Mega-Höhle oder was immer das auch darstellen, so in der Mitte hingehen. So. Aber ich denke mal, an Land sind wir als Mensch schneller. Deswegen machen wir das so auf dem Land. Okay. Wieder diese nervigen Kelleraners. Die gehen einfach schnell beiseite. Und hier könnte auch wieder eine Truhe sein. Aber ich sehe schon wieder nichts. Hm. Gucken wir einfach mal weiter. Was ist das denn hier? Ein Mega-Wasserfall oder so. Oder wie? Das sieht aus wie eine Höhle oder was? Eine Wasserhöhle. Kristallfluss. Heimat der Biber. Vorsicht vor starken Strömungen. Äh. Äh. Irgendwie. Weiß ich nicht. Was soll ich mit Bibern? Keine Ahnung. Puh. Scheint mir auch nicht irgendwie. Moment. Was habe ich da oben gesehen? Was ist das da oben? Hm. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wo zumindest etwas von einem Ansatz von der Truhe sein könnte. Ja. Hier muss man wohl viel mit dem Fanghaken arbeiten. Aber. Ist ja auch kein Wunder, wenn man den hier bekommt. Ah. Mal gucken, ob wir uns da an diese Palme dran ziehen können. Also nicht. So. Ja. Das geht. Okay. 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 Ja. Ja. Das geht da lang. Ich sollte mir echt mal merken, wenn ich auf solchen niedrigen Plattformen bin. Dass ich dann Hasen-On ausziehe. Ich weiß nicht, was mir Taya da zeigen will, aber wir sind ja eh gleich da. Okay. Ah. Sieht doch interessant aus hier. Können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen erkunden. Ja, wahrscheinlich werden wir dann aber in die Mega-Höhle. Was? Ah. Wollte ich schon sagen. Hä? Warum klappt das denn jetzt nicht? Aha. Hier haben wir eine Truhe. Aber es ist wieder nur so eine unnötige Truhe. In dem Sinne, wo nur 20 Rubinen drin sind. Also langsam erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr, so was wir hier alles entdecken. Ich finde das schon ein bisschen krass hier so. Also ich finde... Nur für Rubinen. Also ich hätte jetzt eigentlich schon eher mit einem Herzteil gerechnet oder so. Hm. Weil das ist jetzt eigentlich nicht so einfach hier, wenn man hier hinkommt. Zumindest muss ich da runterspringen. Ganz vorsichtig. Mal kurz umgucken. Ja. Naja. Also da wohl nicht. Hm. Ah. Da ist die Truhe. Nur das Problem ist, da weiß ich nicht, wie ich hinkomme. Da sehe ich ein Deku-Blatt. Ah, und da sehe ich einen Höhlen-Eingang. Ja, dann nehmen wir erstmal den Höhlen-Eingang. Haha. Boah, was ist das hier? Was ist das hier echt? Wie hoch das hier hinaus geht? Hm. Hat doch bestimmt aber alles so seinen Sinn. Gucken wir erstmal... Boah, was hier jetzt in der Höhle ist. ...die Stromschnellen. Äh. Mit Zora-Musik. Und das ist ein Biber. Ähm. Ja. Sieht zwar ganz nett aus, aber ich habe irgendwie mal so gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Zusammenhang hat, wo ich das gelesen habe. Aber irgendwo habe ich gehört, dass so ein Biber nicht für eine Story relevant ist. Dass das eher eine Side-Quest ist. Äh. Aus meinen Vermutungen oder Gerüchten, die ich gehört habe, gehe ich hier wieder raus. Aber jetzt würde mich es dann doch interessieren, wie ich da hinkomme. Weil da habe ich im Moment keinen blassen Schimmer. Genauso wie, dass ich jetzt wieder zu dieser Palme kommen soll. Warum das mit der Reichweite nicht reicht, habe ich keine Ahnung. Ich gehe nicht wieder runter. Da habe ich eigentlich keine Lust, da wieder ganz runter zu gehen. Aber ich glaube, irgendwie habe ich keine Wahl. Ähm. Hm, hm, hm. Ne, das schafft er nicht mit dem Sprung. Aber beim besten Willen schafft er das nicht mit dem Sprung. Und da runterspringen. Na gut, wenn ich keine Wahl habe, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann muss ich es wohl. Ja, gut. Ähm. Dann, äh, werde ich wohl auf eure Kommentare wohl gespannt sein, wie ich zu dieser Truhe kommen soll. Boah. Ich würde sagen, das tat weh. Ähm. Ja, wie ich zu dieser Truhe kommen soll. Und. Ja, ähm. Was da sonst noch hier so alles ist. So, dann gucken wir uns jetzt noch an für die letzten Minuten, was in dieser Mega-Höhle da hinten ist. Die man ja schon auf der Karte sieht. Sieht. Seht, sieht. Und auch schon von Weitem. Deutlich erkennbar ist. Ich bin gespannt. Aber ich muss sagen, generell gefällt mir diese, ähm, die Gegend hier unter Wasser sehr gut. Und mittlerweile habe ich das auch drauf, mich nicht mehr von denen nerven zu lassen. Mehr oder weniger zumindest. So. Aha. Was haben wir denn hier? Erst mal lesen. Die Höhle der Soras. Es probt die Sora-Band mit dem Tiefsee-Sound die Indigos. Okay. Ich dachte aber, wir wären der Gitarrist und die, äh, könnten nicht proben. Wow. Sieht aber schön aus hier. Höhle der Soras. Okay. Gucken wir uns hier nochmal um, würde ich sagen. Sieht hier aber echt mega schön aus mit diesen ganzen Muscheln. Und natürlich wieder der schönen Musik, wie es auch schon damals im Sora, ähm, Sora-Höhle war. Ah, du bist doch Mikau. Verwirkt bei den Proben. Ich freue mich schon auf eure Proben. Ja. Ähm, ich bin zwar nicht der Richtige, aber naja, egal. Ah, Mikau. Was ist mit den Proben? Ich habe gehört, dass die Proben bald beginnen sollen. Aber die Bandmitglieder sind auch immer auf ihren Zimmern. Und Lulu steht draußen und starrt aufs Meer. Was geht hier nur vor? Ja, das wird wohl unsere Aufgabe sein, dies zu ergründen. Hey, Mikau. Schon lange nicht mehr gesehen. Wo bist du gewesen? Oh, übrigens. Evan, dein Bandleader hat dich gesucht. Okay. Okay, dann gehen wir einfach mal hier rein. Okay. Mikau, ey, wo warst du? Ich war besorgt. Das Konzert steht vor der Tür, aber die ganze Band hat die Hosen voll. Ich wette, dass das du nicht gewusst hast, oder? Vor allem, Lulu, ich habe ihre Stimme schon lange nicht mehr gehört. Normalerweise ist sie immer bei guter Laune. Oh, oh, ich frage mich, ob das alles mit den Veränderungen des Meeres zu tun hat. Um ehrlich zu sein, ich weiß ein wenig über Lulus Geheimnis. Soll ich dir erzählen? Ja, sprich mal. Man sagt, der Ozean verändert sich, weil mit dem Schädelbruch-Tempel etwas nicht in Ordnung sein soll. Und man sagt auch, dass aufgrund dessen dem Nachfahren, der den Tempel beschützt, etwas Schlimmes widerfahren wird. Verstehst du das? Und Lulu hat sich verändert. Vielleicht ist sie der... Wer weiß. Äh, ja, ähm, das ist ja ganz schick, eure Probleme, aber, naja. Geh einfach weiter. Mikau, willst du zu Chappas? Ihr macht sicher wieder eine Jam-Session, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten. Okay, hat der weniger Bedenken, oder? Keine Ahnung, wir haben ja schon von dieser Lulu gehört. Auch ein Gitarrist oder so. Ich glaube, der hat aber keine Lust mit mir zu reden, wenn ich das so sehe. Okay, dann, ähm, ja. Ja, dann eben nicht. Kann aber gut spielen. So wie wir. Gut, ähm, so. Ja, gut, ich möchte jetzt nicht hier in den einzelnen Raum abklappern, weil, wie gesagt, das bringt ja auch nichts mehr, aber... Vielleicht sollten wir noch zu dieser Lulu. Ist die vielleicht hier? Ich glaube, ich bin gerade beschäftigt. Ah, Mikau, das mich erschreckt. Äh, ich, äh, äh, Lulu hat sich den letzten Tag ein wenig eigenartig benommen. Ich bin so gesorgt. Äh, ich hab nicht ihn nachspioniert. Äh, ich bin kein Spanner und auch keine derartige schleimige Quale oder so. Äh, mir fällt gerade ein, dass ich noch dringend was erledigen muss. Ähm, spät ist es denn schon, oh, ähm, also ich muss da mal weiter. Äh, tschüss. Ja, ach, das war ja sehr merkwürdig, wie der sich verhalten hat, wenn ihr mich fragt. Äh, was macht ein Deku hier und was macht ein Herzteil hier? Danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit so was fandle, bist du als Kunde herzlich willkommen. Ist das dein Zimmer? Diese Seeluft tut mir, tut mir nicht gut. Deshalb würde ich gerne dein Zimmer mieten. Ist hier ein Wirbelsturm durchgezogen? Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ach, das ist unser Zimmer? Ich verkaufe dir ein grünes Elixier für 40 Rubine. Willst du dir Rubine gut anlegen? Ne, lass mal. Das ist schade, aber wenn du deine Meinung änderst, komm ruhig wieder. Ja, und du kannst dich gerne eigentlich verziehen, wenn das unser, wenn das mal, also wenn das das Zimmer von unserem leider dahingeschiedenen, ähm, Freund ist im Moment mal. Geht das? Das wäre ja mega geil. Sag nicht, das geht jetzt nicht. Ach, warum geht das denn nicht? Man kann sich doch sonst immer Dinge mit dem Greifhaken herziehen. Ah. Naja, wäre wohl auch zu einfach gewesen. Aber sonst wüsste ich jetzt hier nicht, wie ich da hinkommen soll. Hm, nö. Wird wohl vielleicht noch irgendwie anders seinen Sinn haben. Naja, gut, dann, ähm. Ja, aber ich dachte, hier wäre eigentlich Lulus Zimmer. Moment, hier liegt ein Buch. Lulus Tagebuch. Ah, es ist doch Lulus, oder? Es ist zwei Tage her, dass ich meine Stimme verloren habe. Ich glaube, ich wollte nicht, dass Mikau davon erfährt, also habe ich Evan davon berichtet. Er empfahl mir, die Eier zum Forschungslabor zu bringen, um sie untersuchen zu lassen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Heute ist etwas Schreckliches geschehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein Geräusch geweckt. Als sich meine Augen öffnete, war da noch jemand im Zimmer. Ich habe mich gewehrt, dennoch wurden die Eier gestohlen. Ich glaube, danach bin ich in Ohnmacht gefallen. Heute habe ich Mikau alles berichtet. Der Person, von der ich nicht wollte, dass sie darüber etwas erfährt. Zuerst war es mir so peinlich und ich war auch viel zu traurig, um etwas zu unternehmen. Und was Mikau zu mir sagte, ließ mich endgültig alle Hoffnung verlieren. Dennoch, Mikau, ich flehe dich an. Tu nichts Voreiliges. Das Rätsel ist, würde ich sagen, noch rätselhafter geworden, wenn ihr mich fragt. Kohle Bühne. Ja, gut. Dann würde ich ja mal sagen, ich glaube, ich gehe in diesen Raum hier noch rein. Oder ist hier unten noch was? Ich glaube nicht, ne? Es ist aber echt schön aus hier. Das muss man mal sagen, also... Echt geil gemacht hier. Ja, aber ne, hier sieht es nicht aus. Gut, ähm... Huch. Was habe ich da jetzt gerade gemacht? Irgendwas geschleudert oder was? Hä, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Moment, Moment, Moment. Habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwie gerade was geschleudert. Ja, egal. Wird sich schon noch irgendwie klären, was das war. Gut, ähm... Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir nicht viel in dem Part geschafft haben. Naja, kann sich alles noch, ähm... Soweit hinzufügen. Moment, was ist hier noch? Ich gucke mich gern hier um. Hahaha. Wir gucken uns hier gerne um. Ach, Außenbezirk, Schädelküste. Ach, Moment, das ist doch Lulu, oder? Ja, ich glaube, das ist sie. Okay. Ja, was jetzt ihr großes Geheimnis ist, das werden wir im nächsten Part erfahren. Aber vorher würde ich sagen, ähm... Machen wir noch eben hier einen Teleporter hier, damit wir uns jedes Mal hier wieder hin... ...hin porten können. Haben wir immerhin... Haben wir immerhin schon mal den Grundstein für den nächsten Part gelegt. Gut, also... Bis dann und tschüss. Euer Jake. Tschüss.